Ja, hallo ihr Lieben und ich begrüße euch erstmal ganz herzlich zu einem weiteren Interview in einer ganzen Reihe von Interviews, wo ich mit meinen wunderbaren Morgenlichtcoaches am Quatschen bin und am Austauschen über unterschiedliche Themen. Heute habe ich die Monika eingeladen und wir sprechen gemeinsam über das Thema Selbstliebe und für sich selbst sorgen, für sich selbst da sein und was in diesem Bereich passieren kann, wenn wir Trauma im Gepäck haben, was uns eventuell ja auch hindert, liebevoll mit uns selbst umzugehen oder Liebe für uns selbst zu empfinden. Hallo Monika, schön, dass du da bist. So, Lea, ich freue mich, sehr schön. Ja, dann frage ich dich doch erstmal, wie bist du denn eigentlich auf dieses Thema gekommen? Ja, also ich glaube halt, dass das Thema wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Also es geht halt eher, also ich würde sagen, Selbstliebe ist das eine und aber eine gesunde Beziehung zu sich selbst zu entwickeln ist das andere und ich glaube, das ist tatsächlich existenziell und sehr wichtig. Und wir gehen einfach ganz anders in die Welt, wenn die Beziehung mit uns selber geklärt ist. Ja, ich glaube in den letzten Jahren, da ist das Thema ja häufiger mal zur Sprache gekommen und da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Also ein Extrem ist zum Beispiel, wir sind doch alle viel zu sehr auf uns selbst fixiert und vielleicht auch etwas egoistisch uns, ja uns selbst gegenüber. Ist denn Selbstliebe obendrauf? Kann das zu viel werden? Können wir da in Extrem verfallen? Also ich glaube, dass das extrem eher was mit Angst zu tun hat. Also ich glaube, wenn man wirklich in der Selbstliebe ist, dann hat man die anderen halt genauso im Blick wie sich selber. Also man hat eine gesunde Beziehung zu sich selbst und damit halt auch zu anderen. Und ich glaube, dass dieses Narzisstische oder dieses Übertriebene oder sehr auf sich selbst fixierte, es fühlt sich nicht gesund an. Also ich, ja genau, hier wird es halt eher so um diese gesunde Selbstliebe gehen, ja. Ja, oh, das ist schön. Wie würden wir das denn merken, diese gesunde Selbstliebe, wenn das jemand ausstrahlt oder wenn das jemand in sich trägt? Was sind denn da so die Merkmale? Ja, ja, ich glaube, so Selbstliebe ist wie so ein Oberbegriff für eigentlich auch so Selbstakzeptanz oder Selbstvertrauen. Man hat halt, man ruht so ein bisschen in sich selber. Also ich würde sagen, so das Ziel davon, wenn man das dann irgendwann erreicht hat, ist es ja eigentlich ein Weg. Also Selbstliebe ist jetzt nicht etwas, wo man sich entscheidet und dann klappt es, sondern das ist ein Weg dahin. Und ich würde sagen, das Ziel ist dann eben ein reguliertes Nervensystem, in sich ruhen sein. Und genau, das fühlt sich halt einfach, ja, ich glaube auch, dass man viel, dass es angenehm ist, in der Nähe eines Menschen zu sein, der in sich ruht und sich selbst liebt. Ah, das ist auch für andere, dass das auch nach außen so ein bisschen leuchtet, diese innere Liebe. Ja, spannend. Also ich kann mich auf jeden Fall an Zeiten erinnern, vor allem in meiner Pubertät, wo ich sehr viel was auf mich selbst auch empfunden habe. Und ich habe sehr viel Selbstablehnung, ob jetzt in Bezug auf mein Aussehen, meinen Körper, mein Leben, meine Lebensumstände. Ah, da war sehr viel Selbsthass da. Und wenn jetzt jemand zu mir gesagt hätte, Lea, du musst dich selber akzeptieren und annehmen, dann hätte ich nur, ah, nicht gewusst, was soll ich jetzt machen? Und wie komme ich von diesem, vielleicht auch dieser Bitterkeit und Selbstablehnung, wie kann ich denn da weiterkommen? Oder ja, was hängt da eigentlich? Ja, ich kenne das auch, dieses, ja, eigentlich war das halt oft auch so was von außen, dass man dachte, jetzt das auch noch, jetzt muss ich mich auch noch selber lieben. Das ist wie so ein To-Do, wie soll ich das schaffen? Und da waren halt eben andere Dinge auch immer wichtiger und das ist dann halt eher so auch als erstes durchgerutscht. Was ich halt bemerkt habe, für mich war, war das eigentlich auch schon ein Weg, das zu merken, dass Selbstliebe was total Persönliches ist. Also, dass das gar nicht so was ist, was man erreichen möchte oder wo man irgendwelche To-dos abhakt, sondern, dass das wirklich etwas ist, was zutiefst mit einem selber zu tun hat und dass das so individuell ist. Und eigentlich geht es auch wirklich darum, zu lernen, Kontakt mit sich selbst aufzunehmen. Also, dass man, das ist natürlich auch für jemanden, der wirklich so gar nicht mit sich in Kontakt ist, ist natürlich total schwierig. Und da gibt es halt auch noch, können wir ja gleich vielleicht nochmal drüber reden, gibt es halt auch ein paar Wege dahin. Aber, ja, also, habe jetzt gerade den Punkt verloren, aber, ja. Mir ist nämlich schon gerade wieder was eingefallen, zu dem, was du gesagt hast. Ich hake da nochmal ein und zwar zu diesem, wenn man so den Kontakt zu sich nicht hat oder verloren hat. Wie würdest du denn sagen, jetzt auch, wo du durch die Morgenlicht-Coaching-Ausbildung durch bist und wir ja da auch in diesem Bereich uns sehr, sehr viel beschäftigt haben, wie entsteht denn dieser Kontakt zu uns selbst? Es ist ja nicht so, dass wir uns dann an den Schreibtisch setzen und vielleicht so einen Artikel schreiben über mich, wer ich bin, was ich alles schon geleistet habe und darüber dann in Kontakt stehen mit uns, sondern dieser tiefe innere Kontakt, wo dann auch die Liebe entstehen kann und wachsen darf, ist ja ein anderer. Ja, 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 also da, das ist halt in einer gesunden Gesellschaft wäre das eigentlich so, dass der Kontakt eben auch darüber passiert, dass man von anderen halt von außen wahrgenommen wird, in erster Linie halt von der Mutter. Und das beginnt ja auch schon im Mutterleib, dass man irgendwie Kontakt oder eine gesunde Mutter, eine regulierte Mutter, die in ihrer Liebe und in Kontakt ist, würde ihr Kind schon sehr früh wahrnehmen. Die Geburt würde eine gesunde, eine natürliche Geburt sein, wo der Kontakt eben auch sofort entsteht, dass das Kleinkind oder das Baby auf den Bauch gelegt wird, wo dann der Kontakt eben sofort da ist. Wenn das Baby an- oder größer wird, dass man wirklich den Blickkontakt auch hat, dass man wirklich viel Körperkontakt hat, mit dem Kind spricht. Also dadurch nimmt das Kind auch sehr wahr, wie es, ja, seine eigene Existenz eigentlich auch war. Dadurch, dass man selbst wahrgenommen wird, merkt man, ach, ich bin. Also das ist halt sozusagen das Erste, was man wahrnimmt. Und leider ist es so, dass wir halt eben nicht in einer gesunden Gesellschaft oder die meisten von uns in einer gesunden Familie aufwachsen, sodass dieser Kontakt eben schwer ist oder eben die Eltern nicht reguliert sind oder selber im Stress sind, selber ihre Überlebensmuster leben und dadurch einfach ein richtiger Kontakt nicht gut funktioniert. Ja, und dabei, ach, das hast du schön beschrieben und zusammengefasst. Und dabei finde ich es auch wichtig zu wissen, dass wenn zum Beispiel der Kontakt fehlt, dann ist an der Stelle nicht wie so eine schöne weiße Fläche in unserem Innern, sondern eher wie so ein schwarzer, dunkler Krater, so eine Art Loch und gähnende Leere oder vielleicht sogar was Unheimliches und Schlimmes. Und dieses Gefühl, dieser Nichtkontakt und die Nichtanteilnahme, das Nichtwahrgenommenwerden, das wird dann wie so ein Baustein, der sich reinbaut in unser Fundament, wird dann zu unserem Selbst- oder Ich-Gefühl. Dieses Ich-Gefühl besteht dann aus diesen schwarzen, dunklen Löchern oder den schmerzlichen, unerfüllten Bedürfnissen. Und wenn man dann sich selbst wahrnehmen möchte, stößt man eben auf diese dunklen Löcher und sagt, ach, das ist unangenehm. Ja, das ist das Erste, was man dann fühlt, wenn man alles weglässt, was einen dann vermeintlich besser fühlen lassen soll. Also das ist ja das, ich finde, wenn man sich jetzt so anhört, was man machen soll, um sich selbst zu lieben, damit es einem besser geht. Und wenn man das alles aber mal weglässt, also ich glaube, dass manche Dinge sogar für eine kurze Zeit auch tatsächlich gut tun. Also jetzt rausgehen, Sport machen, sich gut ernähren, das sind alles Dinge, die gut tun. Aber darunter kann das halt eben nicht heilen. Oder beziehungsweise, wenn das mal wegfällt, weil man eine Verletzung hat oder weil aus welchen Gründen auch immer, dann fällt man halt eben darauf zurück, was da ist, wenn man diese Ablenkung sozusagen nicht macht. Und dann spürt man halt eben das, was eigentlich dem zugrunde liegt. Also wie so ein persönlicher Ton, den man dann hat. Wenn man alles stillstellt, dann hört man erst mal das, was da ist. Ah, diesen Hintergrundbrummen oder Hintergrundpiepen, genau. Ja, und das hast du schön gesagt, genau. Und das kenne ich auch, wenn ich zurückschaue auf mein Leben immer. Wenn ich Kraft hatte, alles Mögliche zu machen, das und das und das und das und irgendwie so meine Programme durchzuziehen, dann konnte ich mich irgendwie so halten an der Oberfläche. Und kaum hatte ich aber die Kraft nicht mehr, bin ich eben dann runtergefallen in diesen Schmerz oder in diese Wertlosigkeit. Und ja, genau, das ist das Dilemma. Und deshalb finde ich auch, ich finde diese Sachen schön, die man so, früher gab es immer diese Blogbeiträge mit den Listen, ja, zehn Dinge, die du für dich tun kannst oder zehn Schritte zur Selbstliebe und so. Und natürlich, was du gesagt hast, liebevolle Ernährung, Bewegung, all diese Dinge, Dinge, das ist ja auch, dass wir uns nähren und für uns da sind. Aber es gibt dann eben noch diese tiefere Ebene. Und ja, was ist denn da so dein erster Gedanke zu dieser tieferen Ebene vielleicht? Also ich glaube halt eben genau, was wir gerade angesprochen haben, war, also ich glaube, es gibt halt zwei Ansätze. Einmal dieses im Außen sein Verhalten anpassen oder einmal dann eben diese innere Arbeit. Und es ist ja das, was einem dann begegnet, wenn man sich mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt oder das eben als Leitstern oder als Ziel vor sich hat, sind halt eben die Dinge, die einem im Weg stehen. Oder beziehungsweise die, ich glaube auch, dass jeder einen unterschiedlich weiten Weg dahin hat. Also je nachdem, aus welchem Bereich man kommt oder was für ein Zuhause man hatte oder eben was für Erfahrungen man gemacht hat, ist der Weg unterschiedlich lang. Und genau, ich glaube, dass es nicht einfach ist, sich diesen Themen zu stellen, die einem dann begegnen. Und da ist es zum Beispiel auch, da ist halt jeder unterschiedlich. Manche brauchen dann Begleitung vielleicht dann dabei. Für manche ist es dann einfacher, die vielleicht einen kürzeren Weg haben. Es ist dann eben einfacher, ja, in Kontakt wieder mit sich zu kommen und sich diesen Themen zu stellen. Während du gerade gesprochen hast, ist mir noch eine Sache nämlich eingefallen, weil du gesagt hast, wir alle kommen aus unterschiedlichen Situationen. Und jeder von uns kann auch mal nachdenken, gab es vielleicht eine Person irgendwann mal in meinem Leben, die mich liebevoll wahrgenommen hat, die mir Wertschätzung gezeigt hat, die vertrauensvoll war, die mich nicht verletzt hat oder was auch immer unser Kriterium ist. Ja, manchmal ist schon jemand, der mich nicht verletzt, juhu, ein absoluter Bonus. Und dass wir mehr an, wow, das sind auch die Ressourcen, das sind auch wie so kleine Inseln in diesen leeren Stellen. Und da könnte man auch anfangen, sich daran zu erinnern, das wahrzunehmen. Genau, und vielleicht können wir dann noch ein bisschen erklären, warum es nicht reicht, nur diese Löcher wahrzunehmen und das Schwierige oder sich dem auch zu stellen. Und warum es auch vielleicht manchmal gar nicht möglich ist, sich dem einfach so zu stellen, wie wir es einfach so nett gesagt haben. Ja, genau, das ist halt eben das Schöne an dieser Morgenlichtarbeit oder an unserer Morgenlichtarbeit, dass wir eben auch nachnähren. Also das, was in der Kindheit nicht stattgefunden hat oder was wir nicht erfahren durften, da gibt es halt die Möglichkeit, dass das Nervensystem das wirklich übt und wirklich wieder neu erfährt. Und wenn man eben in der Sicherheit ist oder eine gute Begleitung hat und sich wohlfühlt, dann kann man eben diese Dinge auch häppchenweise wieder neu in sein System oder überhaupt neu tatsächlich in sein System wieder fließen lassen. Und das lässt sich eben üben und mit liebevoller Begleitung auch oder mit Ressourcen, die man für sich selber herausgefunden hat. Also wir heilen halt eben in einem sicheren Rahmen und den wieder herzustellen. Also ich habe auch eben gedacht, so dieses mit dem Kontakt herstellen, das muss halt auch gar nicht oder das muss halt eben auch nicht diese große Sache sein, sondern es geht halt einfach darum, was ist im Jetzt da? Also da kann man halt auch ganz klein anfangen. Das muss gar nicht sowas sein. Und ich stelle mich jetzt meinen tiefsten Ängsten und meinen größten Schmerzen, sondern wirklich gucken, was ist heute da? Also sich zu Hause umzuschauen, sich in sich umzuschauen und jeder hat halt, sage ich mal, jetzt herausfordernde Ausgangspunkte oder vielleicht gibt es auch etwas, was jemandem leichter fällt. Also man sagt auch, ich gucke mich gerne in meiner Wohnung um, die habe ich schön gestaltet. Und ich, also einfach im Jetzt anfangen und wie so eine kleine Inventur zu machen, zu schauen, was ist denn jetzt gerade so in mir und das als Ausgangspunkt auch anzusehen. Und dann kommen die anderen Sachen von selbst. Also eigentlich ist es auch eher so ein Kontakt mit dem Hier und Jetzt. Und manchmal reicht es auch wirklich eine Minute. Also man muss jetzt nicht den ganzen Tag mit sich in Kontakt sein, wenn man das noch gar nicht kennt. Aber ja, das ist einfach, sich nicht zu überfordern und wirklich in dem Maße mit sich in Kontakt kommen, wie es für jeweils jeden möglich ist. Ja. Und wir haben ja jetzt über auch die jüngeren kindlichen Anteile gesprochen, vor der Geburt, Geburt nach der Geburt auch, die ja diese liebevolle Wahrnehmung brauchen, um in sich selbst anzukommen, sich selber auch wahrnehmen zu können und sich wertvoll zu fühlen und eingeladen zu fühlen oder auch zu fühlen, ich habe das Recht, hier zu sein. Ich bin es wert, auch geliebt zu werden. Und wie für die Leute, die jetzt das Morgenlichtcoaching noch nicht kennen, die gar nicht wissen, worüber wir da sprechen, wie meinen wir das denn? Wie gehen wir dann zurück? Machen wir dann eine Heilreise, eine Meditation? Oder wie stellen wir das an? Ich frage dich jetzt nochmal. Ich erkläre es ja immer wieder, aber jetzt lass ich es mal erklären. Ja, also das ist halt eben das Schöne an so einer Morgenlichtsitzung, dass man im Prinzip das in dieser einen Stunde macht, was man sonst für sich alleine halt auch in den restlichen, also man hat ja vielleicht dann regelmäßige Termine und in der restlichen Zeit kann man das halt eben für sich alleine machen. Und zwar geht es darum, dass man eben mit dem Jetzt Kontakt aufnimmt, also im Prinzip wir üben das Stabilisieren, also wir begleiten den Klienten dabei, ein stabiles Fundament wahrzunehmen. Da fangen wir halt meistens mit ganz leichten Sachen an, wie dem Boden und wirklich da fängt der Kopf dann auch ganz oft an. Ja, ja, weiß ich schon, Boden, ja, weiß ich, wo ich bin und so. Und dass wir wirklich die Sprache des Körpers anfangen, verstehen zu lernen. Und der Körper ist auf einer ganz anderen Ebene wahrzunehmen und in Kontakt zu kommen. Und das ist meistens sehr, sehr viel langsamer und er braucht einfach sehr viel mehr Zeit. Und die Geduld geben wir oder haben wir dann in dem Moment und die Zeit geben wir ihm. Und das ist halt unheimlich berührend, wirklich zu sehen, wenn man merkt, der Körper kommt gerade an. Also der Körper fühlt sich gerade wohl und sicher. Und genau, das fällt einem dann oft dann tatsächlich auch in Begleitung leichter. Also wenn man alleine ist, dann fällt man eben in diese alten dunklen Löcher von Alleingelassensein und so weiter. Und wenn man aber dann jemanden hat, der einen begleitet, der dabei ist, merkt man, oh, ich muss das nicht alleine tragen. Ich muss nicht alleine dadurch. Und wir fangen halt eben wirklich auch mit den ganz simplen Sachen an und steigern uns dann sozusagen. Oder beziehungsweise der Körper gibt auch das Tempo vor. Also der gibt halt eben nur das frei, was er auch bereit ist anzuschauen. Und das ist das Tolle daran, dass das wirklich niemals etwas ist, was unser System überfordert, sondern wir schauen einfach, was ist gerade da und was mag angeguckt werden. Ja, das ist sicher auch wichtig für Leute, die auch Scheu haben davor, sich in dieses Spielfeld, in diese Heilung auch reinzubegeben, weil sie einfach sehr viel erlebt haben und dann vielleicht denken, oh nein, jetzt muss ich mich da hinsetzen, jetzt muss ich alles erzählen, was ich alles Schlimmes vielleicht auch erlebt habe. Und dann fühle ich mich dann schon ganz furchtbar, schon vorher. Ich kann mich gerade noch erinnern, kürzlich hatte ich eine Sitzung mit einer Frau, die eben auch so ein bisschen mit dieser Erwartung kam, oh nein, jetzt muss ich ganz viel erzählen und das wird sicher grauenhaft. Und dann hat sie dann im Lauf der Sitzung gemerkt, ah, es geht nicht darum, in diesen Schmerz zurückzugehen und dann das nochmal zu erleben oder tiefer da reinzugehen, sondern es geht eben auch in erster Linie darum, eben zu stabilisieren, aber von dort aus was Neues wahrzunehmen und zum Beispiel dieses Kind, was nie wahrgenommen wurde, dem die fehlende Wahrnehmung zu bringen oder das Baby, was nach der Geburt eben irgendwie weggenommen wurde, dem zu erlauben, da zu bleiben und zu landen und anzukommen und dieses Nachnähern. Und dann ging ihr Mundwinkel hoch und dann hat sie gesagt, oh, jetzt freue ich mich auf die kommenden Sitzungen, weil jetzt weiß ich, dass es eben was Gutes für mich ist und auch eine Übung, mehr Liebe anzunehmen, mehr Schönes auch zu ertragen, weil das Lustige an unserem Nervensystem ist auch, finde ich, das oder an unserer Kapazität, die damit verbunden ist, gerade wenn wir viel Trauma erlebt haben oder viele einfach herausfordernde Sachen, haben wir oft uns daran gewöhnt, an Herausforderungen, aber wir hatten nie die Chance, uns an Liebe zu gewöhnen, an Wärme, an Nähe, an Geborgenheit, an Unterstützung. Da haben wir gar keine Bahnen dafür entwickelt. Und von daher ist das Morgenlicht-Coaching auch nicht nur ausgerichtet auf die Erlösung des Alten, sondern auch auf das Üben und die Kapazität erhöhen für das Schöne. Ja, ja, das stimmt. Das ist toll. Schön. Ja, toll. Danke dir, du Liebe. Dann vielleicht noch am Schluss, wenn jetzt jemand unser Gespräch gesehen hat und gedacht hat, ach ja, ich würde mich auch gerne mal begleiten lassen. Ich würde mal gerne gucken, was die Monika so anbietet. Wie kann derjenige denn mit dir am besten Kontakt aufnehmen? Ja, also einmal über die Morgenlicht-Website gibt es die Möglichkeit unter Coach finden und auf meiner eigenen Website körperverstehen.de, also Körper mit O-E. Aber das wirst du ja wahrscheinlich noch unter das Video dann schreiben. Und ja, also ich würde mich freuen, dass wir haben das Thema jetzt eigentlich nur so angerissen und da ist halt noch so viel zu sagen. Und wenn jemand mich anschreiben möchte und vielleicht noch was dazu sagen möchte oder ergänzen möchte, ich freue mich über Nachrichten. Ich habe da auch ein Kontaktformular und da kann man mich drüber erreichen oder auch unter den Kommentaren, also unter dem Video in den Kommentaren sehr gerne. Das ist ja wirklich ein ganz umfassendes Thema, was uns alle angeht. Und wenn wir anfangen, dass wir uns nicht mehr fremd sind und auch nicht mehr als selbstverständlich ansehen, dann glaube ich, dass wir zu mehr Selbstliebe kommen können und auch wenn wir unsere innere Arbeit machen. Also von daher ein ganz wichtiges und gutes Thema. Ja, total schön. Genau. Und ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen, auch in den Kommentaren. Und dann danke ich allen, die heute dabei waren fürs Zuschauen. Alles Liebe auch für dich, Monika. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.